Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen, weil der Tag heute nicht zu lang werden darf. Willkommen zu einer kleinen Runde Wallis & Gromit in das Hundekomplott, den deutschsprachigen zweiten Episodenableger von Wallis & Gromit Grand Adventures. Es ist ja eigentlich schon der dritte für die englischsprachige Fassung, aber wir spielen in einer deutsch veröffentlichten Reihenfolge an. Gut, ähm, schauen wir mal. Äh, wir sprachen einfach noch ein neues Spiel und gucken uns das ganz mal an. Tutorials spielen wir diesmal nicht, ich weiß ungefähr, wie es gespielt wird und dann schauen wir mal. Oh, oh. Das sollte reichen, Kumpel. Unser brandneuer Aromatisator-Eiscreme-Automat ist einsatzbereit. Patent ist bereits beantragt, versteht sich. Dank seines Infrarot-Geschmacks-Analysators kann er jeden Geschmack erzeugen und in köstliche Eiscreme verwandeln. Was sagst du, Gromit? Magst du die Taste für unsere erste Mischung drücken? Möchte jemand Wensleydale-Eiscreme? Schau, wie es läuft, Kumpel. Genau rechtzeitig zum Feldtest vor zahlendem Publikum bei der Kirmes dieses Wochenende. Und alles für einen guten Zweck. Fräulein Flitter sagt, das Geld soll dem Wiederaufbau der Hundepension dienen. Die armen Hündchen waren zu lange heimatlos. Stell dir vor, du hättest keinen Ort, den du deine eigene Hütte nennen kannst, Gromit. Hm, muss am Wind liegen. Fräulein Flitter sagt, die Streuner hätten überall in der Stadt Unfug getrieben. Am Dienstag wurde Frau Gabberleys Laden von einer Bande Terrier terrorisiert. Zweifellos werden sie alle zur Vernunft kommen, wenn sie ein anständiges Dach überm Kopf haben. Die Leute werden sicher auf der Kirmes großzügig für ihr neues Heim spenden. Bestimmt bin ich nicht der einzige Hundefreund in der Stadt. Heiliger Stroh sagt, Gromit. Wilde Hunde, streudelte Schurken, räudige, nichtsnutzige Köter zerlegen meine Maschine. Das müssen die Entlaufenen sein. Oh nein, meine Kurbel. Mein Hebel. Der Geschmacksgravierer. Das Gehirn unseres Geschmacksscanners, Kumpel. Er ist ruiniert. Die vierbeinigen Freunde. Tut mir leid, Kumpel, aber das ist ein ernsthafter Schaden. Ich glaube, das ist nichts, was man nicht reparieren könnte. Ich bastle mal am Geschmacksgravierer herum, während du unsere geklaute Kurbel und den gemopsten Hebel findest. Und dieses Schnuckelchen muss auch noch beruhigt werden. Ich sage dir, das wieder hinzukriegen, wird einen Monat Eiswaffeln kosten, wenn ich es nicht sofort flicken kann. Du musst sie dir schnappen, wenn wir den Aromatisator auf der Kirmes am Wochenende einsetzen wollen. Komm schon, mein Junge. Du bist schließlich ein Hund. Du kannst doch mit ihnen reden. Die ganze harte Arbeit durch ein paar streunende Windhunde zerstört. Oh, da hinten sind Puzzle. 1000 Teile, 250 Teile und 500 Teile. Oh, da ist ein Kanikel. Nehme ich mit. Du, 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 du. Oh, das ist süß. Können wir das nicht ihm hier geben? Dann kann er da rein. Wie war denn das? Rechte? Nehme ich mit Mausrad, ne? So. Dein altes Spielzeug hat wirklich geholfen, nicht wahr, mein Junge? Ach, du hast so daran gehangen. War richtig schwierig, es dir abzugewöhnen. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren, die Maschine zum Laufen zu bringen. Oh, das war ja süß. Oh je, Gromit. Diese Maschine gehört noch nicht zur Crème de la Crème meiner Erfindungen. Mal gucken. Äh. Ich hab die Kugel noch nicht. Oh. Ist leider noch ein bisschen durcheinander, mein Junge. Ach, wegen dem Schuss ist es ein... Das spielt tot, oder? Ja. Das sind sowas wie Zirkushunde, kann das sein? Was ist das hier? Ich bin mit dem Schild noch nicht ganz fertig, Gromit. Das ist aber ein schöner Blauton. Findest du nicht auch? Hm, super. Dieses Schild wäre ein schönes Sahnehäubchen für die Maschine, wenn wir sie wieder zum Laufen kriegen würden. War es das Schild oder die Maschine? Achso, warte mal. Wir können die Kugel, glaube ich, hier wieder ranpappen, ne? Oh. Er hat sie sich schon wieder geschnappt. Okay, ich hab's geschneit. Ich hab's geschneit. Oh, okay. ery o o o o o o o o o Ich will die Kurbel wieder haben. Vielleicht können wir es so andrehen. Mal gucken. Ist egal. Das ist ein Dieb. Ein Klauhund ist das. Ich glaube, ich erstelle meine Kurbel. Deswegen die Farbe da drüben. Oh, jetzt ist er sauer. Bist du bei den kleinen Rackern schon weitergekommen? Ja, klar bin ich. Okay. Was müssen wir jetzt noch tun? Wir konnten nicht mal unsere erste Mischung probieren. Oh je. Herr Willis, hier ist Fräulein Flitter von nebenan. Ich versuche seit 45 Minuten ein und dieselbe Seite in meinem Buch zu lesen. Nur um immer wieder von diesem unablässigen Geklappe unterbrochen zu werden, das offenbar aus ihrem Keller kommt. Ich verstehe zwar, dass ein Erfinder berechtigt ist, in der Abgeschiedenheit seines Eigenheims zu erfinden. Aber das Ballern krankt. Warum drehten sich die Wehscheibe? Und diese Explosionen müssen wirklich aufhören. Ich glaube, die sollte sich nicht drehen. Also wirklich, Wallace. Dies war immer eine achtbare Straße. Ich finde es cool, dass da die Daumen- und Fingerabdrücke auf den Knetspuren drauf sind. Okay, das hätte sich nicht... Welche Nummer wünschen Sie? Okay, können wir nicht. Was? Wieso ist das leer? Ist auch leer. Ofen ist übers Wochenende außer Betrieb. Kleines Gasproblem. Hey, grummelt! Immer sachte! Du kannst alle Pasteten backen, die du willst, wenn erstmal die Gasleitung repariert ist. Kartoffel-Pastete, Nieren-Pastete, Ardbeer-Rhabarber, Apfel-Knusper-Pastete. Okay. Okay, wir müssen irgendwas kochen. Ist ja alles leer hier. Du, 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 du kleines Mistvieh! Oh! Ah! Ach, du hast also die Hunde rausgelassen! Was? Dieser räulige Windhund verwüstet meine... meine Rosen! Er kam mit so einer Erknochen aus dem Haus deines Herrchens gerannt. So, so. Dann füttert uns jetzt also die Streuner an. Das schlägt doch dem Fass den Boden aus. Apropos Boden. Wer weiß, was dieser Hund den Wurzeln antut? Wo ist Wallace überhaupt, wenn man ihn braucht? Gibt es denn keine Kavaliere mehr auf dieser Welt, die das Eigentum einer Frau schützen können? Jetzt steh doch nicht einfach so da! Unternimm was! Du bist doch schließlich ein Hund! Du, du, du... Rede doch wenigstens einmal mit ihm! Du erzählst zu viel! Gott sei Dank hat mir dieser Halunke nicht auch noch die Tulpen zerrupft! Das hätte ich nicht überstanden! Ich wollte dieser hier gerade ein kleines Zuhause graben, als dein kleiner Freund in meinen Garten gerannt kam! So ist dieser Wühlmausverschnitt in den Boden gekommen. Sieh dir meine Petunien an! Pulverisiert! Okay, ich kann aber nichts tun gerade. Oh. Morgen, Gefreiter! Rühren, Gefreiter, rühren! Sicher hast du schon von den erbaulichen Einsätzen dieses Wochenende gehört. Nein. Das hört sich nach den guten alten Zeiten an. So wie damals, als die Ensa mit ihren Darbietungen die Moral der Truppe stärkte. Das hat sie daran erinnert, wofür sie kämpfte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in Algerien stationiert war und man für uns einen kompletten Programmtag organisierte. Okay. Wirklich! Unglaublich! Da war zum Beispiel Fatima, die Schlangenbeschwörerin, das allseits beliebte Affenweitwerfen und sogar ein Kuskus-Wettessen. Ach. Apropos, du wirst doch auf der Kirmes zusehen, wenn ich mich in die Essensschlacht stürze, oder? Nee. Ich rede vom Pasteten-Wettessen, Gefreiter. Du hast doch sicher in der Stadt den Anmeldebogen gesehen. Nein. Aber den alten Major kriegt keiner klein. Man nennt mich nicht umsonst Kampfesser Crumb. Kriegst du Kekse? Das sind meine Kekse, Gefreiter. Und noch dazu sehr lecker. Die kann ich nicht mit dir teilen. Zur optimalen Nahrungsverwertung müssen sich die Soldaten heutzutage streng an ihre Rationen halten. Also leider keine Extrawürstien für dich. Oh, schade. Was für ein Aroma. Mh. Lecker Kekse. Ja, okay. Panier geht vor die Hunde. Zehn Prozent, dass du löst. Was ist er denn hier? Hallo, Gromit, mein Freund. Wie geht's an Wallace? Schon von der Kirmes gehört? Ich war noch nie auf einem richtigen Stadtfest. Das ist schön. Ähm. Da ist ja bloß einer drauf. Jetzt nicht mehr. Müssen wir uns anmelden. Ah, guten Morgen, Kleiner. Gehst wohl gerade ein bisschen Gassi. Na klar. Na, bei dem schönen Wetter. Kann ich was für dich tun? In der Stadt ist die Hölle los wegen dieser Benefizkirmes am Wochenende, wie? Wurde auch Zeit, dass jemand die Hundepension wieder aufbaut. Ich hatte in letzter Zeit Zusammenstöße mit allen möglichen Streunern, Terrian, Spanielen, Mischlingen. Ja, sogar mit einem irischen Wolfshund. Sie hätten sehen sollen, wie groß der war, als er versucht hat, an meine Speckwürfel auf dem obersten Regal zu kommen. Hat mich über den Haufen geworfen und meine Markise abgerissen. Das Chaos hätten sie sehen sollen. Aber ich habe ihm heimgeleuchtet. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn du die Futterluke so weit aufreißt, ist es kein Wunder, dass das arme Tier erschreckt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram und unterbrich mich nicht. Das ist genau der Grund, warum du keine Freunde hast und den ganzen Tag lang nur mit den Vögeln sprichst. Pah, ich brauche eben intelligente Gesprächspartner. Jedenfalls war es höchste Zeit, dass die Leute sich zusammentun und die Hundepension wieder auf Vordermann bringen. Denkst du nicht auch, mein Lieber? Pah, möglicherweise. Hier ist nichts weiter. Hier ist die Polizei. Okay, sieht alles gut aus. Oh, die sind noch im Knast. Die sind noch im Knast. Yeah, die sind im Knast. Super. Was ist das hier? Benefizkirmes. Helft den Hunden nur dieses Wochenende. An keinem anderen Wochenende wird ihnen geholfen. Kann man da hinten langlaufen? Nee, kann man nicht. Ich freue mich auf die Kirmes am Wochenende. Das wird ein schönes Getümmel. Und dazu noch für einen guten Zweck. Das ist schön. Okay. Haben wir noch irgendwas Hübsches hier? Hm, hm. Da hinten kommen wir nicht lang. Ab in die Wallaby Street. Bis später, Gefreiter. Bis später. Mr. Major. Ach, ich mag Gromit. Gromit ist cool. Was ist das da? Hunde heute. 50 Arten der Terrier-Zähmung. 6 hungrige Hunde buddeln gern. Schluss mit der Unart durch appetitliche Anreize. Oh. Appetitliche Anreize. Was haben wir denn noch Hübsches? Was ist das hier? Oh, da kommen wir nicht hoch. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ich wollte eigentlich da, genau. Uh. Hm. Warum ist da eine Kuh? Okay, warte mal. Wir haben das Anmeldeformular. Ich halte Ihnen das mal hin. Vielleicht dürfen wir uns raufschreiben. Warte mal. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hallo, Gefreiter. Ei, ei. Äh, ja. Wie ich bereits sagte. Mir ist niemand gewachsen. Sie fürchten mich, Gefreiter. Genau wie damals diese Halunken in der Wüste. Warte erst mal ab, wenn sie mich vor einem Berg von Pasteten sehen. Oh, ja. Die werden vor Ehrfurcht zittern. Wenn die sich erst mal, ne, verteidigen. Das war's. Nur weiter, Soldat. Ach so, warte mal. Er ist ohne Gegner. Warte mal. Zu ihr kommen wir. Oh, doch hier, ne? Können wir ihr das geben? Bist du also wieder hier? Ich hoffe, dass du schon einen Plan hast, wie du unseren kleinen Freund aus meinem Garten vertreiben willst. Pooji Woo und Tinky Wee waren sicher auch nicht immer kleine Engel. Aber sie haben wenigstens nicht in meinen Rosenbeeten herumgewühlt. Tja. Was würde ich jetzt für einen tatkräftigen Mann geben? Oh. Ähm. Ich hab jetzt gerade wirklich keine Zeit. In meinem Garten herrscht Chaos. Okay. Hallo, Gefreitag. Ja, hei, 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 hei. Der hat geschlafen. Vielleicht er? Hallo, Gromit, mein Freund. Wie geht's an Wallace? Was? Ein Pastetenwertessen? Hm, ich weiß nicht. Ich versuche in letzter Zeit, mich in Form zu halten. Ich werde die Pasteten wohl besser sein lassen. Trotzdem danke, Gromit. Okay, wir sind auf der richtigen Spur. Wieder läuft. Hallöchen. Hallöchen. Was hast du denn da, mein Lieber? Ein Pastetenwettessen. Wenn das mal kein Leckerbissen ist. Ich? Ach, ich weiß nicht. Ist ja schon hier und da gerne etwas Fleischpastete. Aber ein Wettschlingen? Nicht gerade damenhaft, oder? Ach, du siehst auch ohne Fleischpastete im Hals nicht gerade damenhaft aus. Autsch. Ach ja? Erzähl das mal dem Briefträger. Ihm schien ich heute Morgen gefallen zu haben. Der Kerl hat doch nur eine Sehstörung. Ach, halt doch den Rand, du alter Miesmacher. Weißt du was, mein Lieber? Ich werde am Wettessen teilnehmen. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Und ich werde gewinnen. Ja, eine echte Dame natürlich. Mal sehen. Ach, nur ich und der Major. Ja? Ha. Gegen Winnie Geberley sieht der alt aus. Hier, Gromit. Ich erwarte dich auf meiner Siegesfeier. Da gibt es Pastete auf der Siegesfeier. Hm. Apropos. Ach ja, das Pastetenwettessen. Bis jetzt wagt sich noch keiner, es mit dem übermächtigen Major Crumb aufzunehmen. Ziehen. Wirklich schade. Wie gerne würde ich in die Schlacht ziehen. Mann gegen Mann. Auge in Auge auf dem Schlachtfeld. Kiefer gegen Kiefer an der Schlachtplatte. Bis der Bessere gewinnt. Edwina. Sie glaubt, dass sie mehr verputzen kann als ich? Wirklich köstlich, Gefreiter. Ich würde zu gern sehen, wie sie in die Mündung einer Ketchupflasche blickt. Was? Keine Chance. Unmöglich. Niemals. Diese verfluchten Kekse. Ich habe sie den ganzen Tag lang gefuttert. Die werden mich noch außer Gefecht setzen. Upsi. Gefreiter! Achtung! Beseitige diese hinterhältigen Leckerbissen. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Mein Verdauungstrakt muss voll einsatzbereit sein, damit ich diese Frau mit einer Pasteten-Offensive vernichten kann. Sie hat sich den falschen Gegner ausgesucht. Auf die Gefechtsstationen! Du, meine Kekse, meine Kekse. Da drin. Darüber. So, was willst du jetzt gegen die böswillige Budelei dieses Windhundsunternehmen? War wirklich nicht richtig. Du hast es geschafft. Gott sei Dank. Du hast den kleinen Halunken aus meinem Garten gekriegt und dabei nicht alles kaputt gemacht. Nicht alles. Aber, dass mir das nicht noch einmal vorkommt. Nein. Guck mal, ist das schön umgegraben. Da wächst bestimmt super was. Warte, können wir auch die Abkürzung nehmen? Bestimmt, ne? Toll, können wir nicht. Ich schätze, der Hebel ähnelt tatsächlich einem alten Knochen, nicht wahr? Kein Wunder, dass der listige Lump ihn verbuddelt hat. Gib einem Hund einen Knochen und schon ist er im Boden. So sind sie eben. Oh nein. Ist die Befestigungsmutter weg? Damit war der Hebel angeschraubt. Sie ist ein wichtiger Teil der Maschine, Gromit. Das ist schlecht, mein Junge. Das war meine letzte Zwölfer. Was für ein Pech. Hm, sieh nur. Er hat unsere Mutter gefunden. Fantastisch, Gromit. Äh, vielleicht war ich etwas zu grob zu ihm. Wusste doch nicht, dass der Kleine so gerne bastelt. Ah, er hat nur Angst. Und wie? Er ist ja völlig verstört. Armer kleiner Kerl. Wir sollten ihn twitch taufen. Twitch? Okay, da bin ich gerade. Nand, Captain Winnie Pearl. Und da haben wir's, Kumpel. Ein paar verdrehte Kabel entwirrt. Und schon ist unser Geschmackskravierer so gut wie neu. Jetzt sollte der Laden wieder laufen. Auf geht's, Jungs. Jetzt kann unsere Aromatisator-Eiscreme nichts mehr aufhalten. Hm, die Post ist ein bisschen spät dran, was, Gromit? Ah, hallo. Kann ich Ihnen helfen? Gütiger Himmel, nein. Die Frage ist eher, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Maulkorb, Monty. Äh, Muzzle. Monty Muzzle. Philatelist, Philosoph, Philanthrop und... Kirmesfachmann. Sie haben doch sicher von Monty Muzzles Benefizkirmes gehört, die dieses Wochenende stattfindet? Oh, ja sicher. Gromit und ich haben gerade... Freut mich, das zu hören. Ich bin tief erschüttert angesichts der Tragödie, die sich hier vor kurzem abgespielt hat. Und als engagierter Hundeliebhaber ist es meine Pflicht, Ihnen bei der Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel zum Wiederaufbau der Hundepension unter die Arme zu greifen. Nicht auszudenken, wenn all diese reizenden Tiere auf der Straße übernachten müssten. Eine Tragödie. Wie schrecklich für all diese Hunde. Aber Gromit und ich haben wohl den perfekten Beitrag zur Kirmes. Wir ziehen gerade die letzten Schrauben an unserem Aromatisator-Eiscreme-Automaten an. Patent beantragt. Weißcreme, sagen Sie? Wer mag die nicht? Diese cremige Kühle, diese herrliche Süße, die Profitmöglichkeiten. Und unser Apparat ist mit einer speziellen Geschmacksanpassungstechnologie ausgerüstet. Der Geschmacksscanner extrahiert Geschmacksmoleküle aus einer beliebigen Probe. Wir sind in der Lage, zahllose Varianten zu produzieren, um jeden Kunden zufriedenzustellen. Das klingt ja beeindruckend. Mh, Donnerwetter, Herr Walross. Ich erkenne eine Gelegenheit zum Geldverdienen, wenn ich Sie rieche. Was halten Sie davon? Mit meiner finanziellen Zündkraft und Ihrem einzigartigen Eiscreme-Automaten könnten wir Aromatisator-Zweigstellen an der gesamten Küste zwischen Blackpool und Bognor-Ragis hochziehen. Sie werden die Eiscreme-Welt beherrschen. Franchising! Verstehst du, mein Junge? Wir könnten Eiscreme-Barone sein. Wenn Sie Ihre Erfindung zur Kirmes bringen und es schaffen, einen saftigen Beitrag zu erwirtschaften für die dringend benötigte, äh, äh, Hundepension. Abgemacht! Gromit und ich sind schon ganz aufgeregt. Äh, unsere hauseigene Molkerei garantiert uns die besondere Frische. Da wir gerade von Hunden reden, Gromit und ich sind da auf drei kleine Kerlchen gestoßen, die eine neue Unterkunft brauchen. Na, sieh mal eine an! Sind das nicht die niedlichsten Kerlchen, die die Welt jemals gesehen hat? Meine Wohltätigkeit beginnt sofort. Ich habe das perfekte Heim für Sie. Die, ja, sehen aus, als wären es schnelle Teufelchen. Tja, ich will Ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Herr Willard. Zeit zum Gassi gehen. Komm, auf dich wartet ein neues Zuhause. Da gehen Sie hin, mein Freund. Sag auf Wiedersehen. Ich sehe Sie und Ihre Erfindung auf der Kirmes, Herr Wallis. Und bringen Sie Ihre Brieftasche mit. Ich sehe Sie und Ihre Erfindung auf der Kirmes, Herr Wallis. ...